so da sind wir wieder nach einer scheiß niederlage muss man echt so sagen aber wieso bin ich doch weggefahren und dann zu spät entschieden ich wusste nicht mal dass es dafür wenn es die ist noch andere lackierungen gibt und so gut hat er auch auf ich dachte die fahrzeuge die man dann so hat dieses special dinge die vom jurassic park night rider also kit so die werden dann die muss man dann so spielen wie sie sind dachte ich immer nachlegt mich irgendwie rutsch ich andauern vorbei so eigentlich ist es ein trauerspiel zum glück geht es um nichts außer meine statistik nein das kann doch nicht wahr sein wäre der jetzt drin gegangen ich hätte kurz das abspringen kriege ich noch nicht so gut das ist das ist richtig zumindest wieder ein punkt mehr auf der haben seite ich davon möchte nicht so gut ich habe das nicht so gut und ich habe das nicht so gut Ist der Torwart da? Rotze. Schade. Nein! Was? Parade? Wie? Was? Wo? Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade nur eine Parade gekriegt habe. Oh, oh, oh. Oh, schade. Da kam nicht schlecht. Nein! Nein! Ich muss das einfach versuchen. Hätte auch sein können, dass er daneben fliegt. Nein! 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 Geht da hin? Ne. Nein! Ja! Ja, nein! Und wieder mal eine Verlängerung, das gibt's ja gar nicht, ey. Das ist mit jemandem anders, aber der Kerl find ich auch irgendwie geil. Eine Boost. Geiles Ding. Cool. Cool. Das freut mich, das hat Spaß gemacht. Hehe. Haben wir hier wohl. So. Mal gucken. Ich glaub, drei Nieder lang und zwei Sieger stehen jetzt auf dem Konto. So. Wir sind zumindest komplett. Schön. No Dino. Ah, das wär schlecht. Oh, das war so ein Gegnerpass. Was? Hey, der Typ ist ja wieder da, auf der anderen Seite diesmal. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich wär das jetzt schief gelogen, ey. Ich hätte mich wieder in den Arsch beißen können. das ist eine kacke machen ja scheiße na soll denn das junge Oh, was soll denn das, du Affe? Ey, warum fährt der mich denn jetzt rin in die Scheiße? Und jetzt ist Kinder da, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Oh, shit. Schöner Schuss. Und jetzt rennen wir mit. Schöner Dreio. Und jetzt hoch damit. Ja, 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 ja. Nein. Äh, knarr. No, 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 no. Oh, schön. Ey, das gibt's schon wieder eine Verlängerung. Das gibt's doch gar nicht, ey. So, er wird nicht fahren, also feil. Nein. Nein. Wieso hat er nicht reagiert? Kacke, Mann. Gut. Spitze wieder, Jimmy. Bis denn, ey.